Habt ihr Bock auf den Sechser? Was, mit Sechser? Auf den Sechser! Was ist Sechser, Alter? Mit Magic! Ich will euch alle durchnehmen. Ah, der hat Maul! Äh, da weiß ich nicht. Ich bin jetzt von da gekommen. Würdest du mit mir schlafen? Nein. Komm. Ich hab da hinten ein Gebüsch. Könnt's gemütlich machen, so eine Decke, so Hartz-IV-Decke. So nicht. Ja, komm. Ich hab auch Gleitgeld und Gummis, Alter. Ich hab große, ich muss nicht warten. Ja, da vorne ist die Kamera. Äh, Entschuldigung, was ist das da? Gucken wir doch. Darf ich da mal einen Penis reinstecken? Das ist der Fan. Darf ich da mal dippen? Ja. Schade. Würde ich mit mir schlafen? Einen Dreier? Nee. Einen Dreier? Einen harten, bezahlten Dreier? Ja. Entschuldigung, Jungs. Wisst ihr, wo irgendein Museum hier sein soll? Ein römisches Museum oder so? Hattet ihr Bock auf einen Vierer? Ich wollte gar nicht zum Museum. Ich wollte einen Vierer starten mit euch. Ich möchte mit dir schlafen. Nee. Möchtest du Vicky? Bitte. Ja. Ja. Wie ist der F***? Komm schon, wir gehen. 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 Es ist eine Hidde Kamera. Es ist eine Joke. Darf ich meinen Penis in dein Sandwich stecken? Ich wollte dir einen Odd-Dock bieten, weißt du? Ich weiß, wir drehen eine versteckte Kamera. So.